Gemeinsam durch die Galaxis mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach. Ja, ein ganz herzliches Willkommen an alle, die uns heute zuhören und wir sind Susanne Hüttemeister vom Bochumer Planetarium und Paul Hombach, ein Astronomie-Fan seit Jahrzehnten. Und heute reden wir einmal mehr um den Mond. Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Mondfolge und wir haben natürlich wieder einen aktuellen Anlass, warum wir nochmal den Mond ins Visier nehmen. Denn der Mond, gerade jetzt im Juni, kurz nachdem diese Folge, die Podcast-Folge erscheint, steht der Mond nämlich in einer Extremposition am Himmel. Ja, und da muss man vielleicht ein paar Schritte, naja, nicht mehr als zwei, zurückgehen und erstmal erklären, wo der Mond überhaupt am Himmel zu finden ist. Ja, genau. Also zunächst mal muss man zwei Dinge wissen. Der Vollmond, der steht der Sonne am Himmel genau gegenüber. Sonst wäre es kein Vollmond. Genau. Von der Erde aus gesehen genau gegenüber. Und das heißt, der Vollmond ist immer nachts zu sehen. Die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Der geht abends auf, wenn die Sonne untergeht und geht morgens unter, wenn die Sonne wieder aufgeht. Und dazwischen ist er die ganze Nacht am Himmel. So, jetzt kann man sich mal Folgendes vorstellen. Die Sonne steht im Sommer, also jetzt im Juni. Wir haben am 20. Juni die Sommersonnenwende. Das heißt, die Sonne erreicht den nördlichsten Punkt auf ihrer Bahn. Die Tage sind am längsten. Die Tage sind am längsten. Wenn dann der Mond der Sonne am Himmel gegenüber steht, das heißt, dann steht er da, wo die Sonne im Winter steht. Und bekanntlich ist die Sonne im Winter wenig über dem Horizont für uns. Die Erdachse ist geneigt. Das heißt, der Mondtag ist ganz besonders kurz. Die Zeit, die der Mond über dem Horizont steht. Genau. Das heißt, der Mond ist dann besonders wenig über dem Horizont zu sehen. Sein Bogen über dem Horizont ist kurz und flach. Und der erreicht im Süden keine besonderen Höhen. Im Gegensatz zur Sonne, die dann 16 Stunden am Himmel steht und wirklich über 16 Stunden sogar für Hochum gerechnet. So, das heißt, das sind so erstmal die grundsätzlichen Zusammenhänge, weswegen wir uns für den Mond heute als Thema entschieden haben, ist, dass es in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni, also kurz nach der Sommersonnenwende, quasi in diesen kurzen Mittsommernächten, da fällt in diesem Jahr der Vollmond drauf. Das ist ja auch nicht unbedingt gesagt, dass der Vollmond unbedingt mit der Sommersonnenwende zusammenfällt. Der kann ja auf beliebige Tage in einem Monat fallen. Das verschiebt sich ja. Aber in diesem Jahr haben wir auch noch ungefähr mit dem Sonnenhöchststand, den Mondtiefststand gegenüber. Aber nicht nur das. Wir haben auch noch einen Mond, der besonders davon abweicht. Und jetzt wird es so ein klein bisschen interessanter. Ich will nicht sagen komplizierter, damit sich niemand erschreckt. Aber der Mond kann von der Sonnenbahn am Himmel ein bisschen abweichen. Und zwar so plus minus fünf Grad. Das ist so mehr als zwei Daumen breit am ausgestreckten Arm. Das liegt einfach daran, dass die Bahn des Mondes gegen die Bahn der Erde um die Sonne um fünf Grad geneigt ist. Also der Mond läuft nicht genau in der Bahn, um die auch die Erde um die Sonne läuft, sondern ist geneigt um fünf Grad auf einem großen Kreis. Naja, sonst hätten wir, wenn das nicht so wäre, auch in jedem Monat ein Sonnenfinsternis und ein Mondfinsternis. Wenn das genau in derselben Ebene wäre. Aber das ist nicht so. Wenn der Mond genau in der Bahnebene der Erde um die Sonne auch umlaufen würde, dann wäre tatsächlich, würde er zweimal pro Umlauf Finsternis verursachen. Einmal pro Umlauf würde er genau vor der Sonne herziehen, dann gäbe es eine Sonnenfinsternis. Und dann bei jedem Vollmond würde er durch den Erdschatten laufen und es gäbe immer eine Mondfinsternis. Aber das ist ja erkennbar nicht der Fall. Das kann nur passieren, wenn diese beiden Bahnen, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so zwei Gymnastikreifen, so Hula-Hoop-Reifen. Stellt euch mal vor, ihr habt zwei von diesen Reifen und die verkippt ihr jetzt gegeneinander. Und wenn ihr die gegeneinander verkippt, gibt es trotzdem zwei Stellen, zwei gegenüberliegende Stellen, wo die quasi zusammenfallen. Das nennt man in der Himmelsmechanik, warum auch immer, Knoten. Ja, also wenn ich zwei maximal große Kreise auf einer Kugel habe, die also so groß sind, wie es irgendwie nur geht. Also der Mittelpunkt des Kreises ist auch der Mittelpunkt meiner Kugel, das ist dasselbe. Und wenn ich zwei solche Kreise habe, die müssen sich immer in zwei Punkten schneiden. Das ist auf ein bisschen formaler ausgedrückt, das sind Großkreise, also die größten möglichen Kreise auf einer Kugel. Und die schneiden sich immer genau zweimal, das geht nicht anders. Kann man sich vorstellen, wenn man das auf einen Apfel oder eine Orange malt, in unserem Fall ist die Kugel natürlich die Himmelskugel. Genau, das ist ja alles nur scheinbar. Man wusste ja jahrhundertelang nicht, weil es auch dem bloßen Augenschein ja nicht entspricht, dass wir um die Sonne kreisen und nicht die Sonne um uns. Aber da kann man zum Beispiel ein sehr schönes Gedankenexperiment machen, was es mit dieser scheinbaren Bahn auf sich hat, die übrigens Ekliptik heißt, weil es genau da zu Eklipsen, also zu Finsternissen kommen kann. Nämlich immer dann, wenn der Mond an diesen Knotenpunkten steht, wo diese Linie gekreuzt wird mit diesen zwei verkippten Kreisen, von denen wir gerade gesprochen haben. Und jetzt kann man sich mal Folgendes vorstellen. Stellt euch vor, ihr seid in irgendeiner Innenstadt auf dem Marktplatz und da steht ein Brunnen und ihr lauft um den Brunnen. So, dann würdet ihr mal gucken, was ist denn gerade hinter dem Brunnen am Rande des Marktplatzes zu sehen. Also das würde quasi unseren Sternbildern entsprechen. Ah, das Rathaus. Ah, die Apotheke. Wenn ich ein Stück weiter gehe, steht der Brunnen vor der Bücherei. Ah, ein Stückchen weiter vor der Post, die wahrscheinlich inzwischen geschlossen ist. Ah, dann vor dem Hotel, dann vor dem Imbissladen und so weiter. Das heißt, du gehst einmal rund im Kreis um den Brunnen und der Brunnen steht jedes Mal vor einem anderen Haus am Rand dieses Marktplatzes. Und so könnte man quasi jetzt statt Gebäuden könnte man sagen, der Brunnen ist die Sonne und die Gebäude sind die Sternbilder, vor denen diese Sonne gerade steht. Natürlich sehen wir die Sternbilder dann nicht, weil sie dann überstrahlt werden. Die stehen mit der Sonne am Taghimmel. Aber entsprechend würden wir dann so eine Art Bahn entlang des Marktplatzes sehen. Und diese Bahn ist das, was wir am Himmel auch sehen. Das kennen wir eben als Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau und so weiter. Das sind diese Bilder des sogenannten Tierkreises. Das sind Sternbilder, durch die die Sonne läuft. Aber eben, weil das so die Ebene unseres Sonnensystems ist, sind da auch die Planeten zu sehen. Immer so entlang dieser Linie, mal nördlich, mal südlich. Nicht so exakt alle in einer Ebene. Und der Mond weicht eben fünf Grad davon ab. Genau. Und das liegt daran, dass sich die Planeten und die Sonne, die Erde und auch der Mond gebildet haben vor 4,5 Milliarden Jahren in so einer Scheibe aus Staub und Gas. Und die Sonne natürlich in der Mitte. Und die Planeten und der Mond um die Erde herum. Mondentstehung ist nochmal eine andere Frage. Aber das hat sich im Grunde auch in dieser Scheibe abgespielt. Das war in der Scheibe, die aber natürlich nicht total flach war, sondern die schon eine Ausdehnung hatte. Deswegen sind die Planeten und der Mond alle in diesen Sternbildern, aber nicht genau auf dieser Linie Erde um die Sonne. Sondern die können ein paar Grad abweichen. Und beim Mond, diese 5-Grad-Abweichung ist gar nicht so ganz wenig. Auch verglichen mit dem, was die Planeten so machen. Das ist vergleichbar. Aber das heißt dann eben natürlich, dass der Mond, ja fast immer, auch in diesen Sternbildern des Tierkreises steht, die der Paul gerade ziemlich vollständig aufgezählt hat. Aber nicht genau in der Bahnebene der Erde. So weit ist das immer so. So weit ist das immer so. Aber jetzt müssen wir uns dem nähern, was in diesem Jahr besonders ist. In diesem Jahr ist was ganz, ganz Tolles und Besonderes. Denn wir haben ja noch nicht geklärt, wann der Mond seine maximalen 5-Grad-Abweichung von dieser Linie hat. Also zum Beispiel, er kann ja mal 5-Grad nördlich oder südlich dieser Sonnenlinie stehen. Und das macht er auch jeden Monat einmal. Also in jedem Mondumlauf, das ist ein bisschen weniger als ein Monat, steht er einmal 5-Grad nördlich dieser Erdbahnebene und einmal 5-Grad südlich. Das ist so weit, so normal. So weit, so normal. Die Frage ist, an welcher Stelle dieser jährlichen Sonnenbahn ist denn die maximale Abweichung? Und das ist eben die Frage, wo, wenn wir nochmal auf unsere beiden Gymnastikreifen zurückkommen, die ja so ihre zwei Schnittpunkte haben. Wenn jetzt die Schnittpunkte da sind, zufälligerweise, wo die Sonne am nördlichsten am Himmel steht und am südlichsten, dann wäre dazwischen die maximale Abweichung des Mondes ziemlich langweilig da, wo die Sonne so etwa über dem Äquator steht. Also das wäre nicht besonders auffällig. Und dann gibt es aber natürlich auch den Fall, wenn diese Knoten mit den Stellen zusammenfallen, wo die Sonne mit den Tag- und Nachtgleichen unterwegs ist. Das heißt so Herbst anfangen im September und Frühlingsanfang im März. Dann wird es spannend. Dann ist nämlich die Frage, kommt dann der nördliche Teil des Bogens zu dem nördlichen Teil der Sonne hinzu? Und der südliche zu dem südlichen Teil wird abgezogen? Oder verläuft es unterhalb? Und versteht man das? Hier rächt sich echt, dass wir Podcast machen und nicht Fernsehen. Denn da könnte man das, oder Video, denn dann könnte man das zeigen. Aber im Prinzip ist die Idee, manchmal, je nachdem wo diese Knoten liegen, addieren sich diese 5 Grad zu einer sowieso schon total nördlichen Position. Das ist der Punkt. Und subtrahieren sich von einer sowieso schon total südlichen Position. Also du kriegst entweder noch was richtig oben drauf oder es wird so ein bisschen eingeebnet. Und alle 18, jetzt müssen wir die Zahlen mal nennen, alle 18,61 Jahre, weil diese Knoten eben nicht immer an der gleichen Stelle sind. Das wandert im Laufe der Jahre, dieser relativ zu der Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Und wenn das sich alle 18, noch was Jahre dann genau addiert, dann kann es zu sehr, sehr extrem nördlichen und entsprechend auch extrem südlichen Mondpositionen kommen. Und das ist jetzt genau der Vollmond, den wir vor uns haben. In der Nacht vom 21. auf den 22. Da haben wir nicht nur den Mond genau an der gegenüberliegenden Seite der Sonne, die jetzt maximal nördlich steht, Sommersonnenwende. Das heißt, der Mond steht da, wo die Sonne zum Zeitpunkt der Wintersonnenwende steht, besonders tief. Sondern wir ziehen nochmal die 5 Grad ab, die der Mond dann südlich abweicht von der Linie. Er steht also nochmal 5 Grad unterhalb. Und in einem normalen Jahr kommt er sowieso im Sommer nicht richtig aus dem Quark und kommt kaum über den Horizont, weil er so weit südlich steht wie die Sonne im Winter. Und jetzt steht er nochmal südlicher. Und ich habe das hier, das kannst du im Planetarium zeigen. Man kann es aber auch mit dem Planetariumsprogramm sich zu Hause auf dem PC mal aufrufen. Ich habe hier mal gesehen für Bochum. In der Nacht vom 21. auf den 22. so gegen halb zwei Uhr morgens wegen Sommerzeit erreicht der Mond genau den Süden und steht dann sage und schreibe weniger als 10 Grad hoch im Süden. Das heißt, wenn du da irgendwo einen Baum oder ein hohes Haus hast, siehst du den gar nicht. Der kommt gar nicht über den Horizont. Der ist fast unsichtbar und normalerweise ist der schon ziemlich tief, aber da kommen jetzt eben nochmal 5 Grad dazu. Der ist nochmal 5 Grad südlicher. Und da gibt es dann Orte, wo zwar Vollmond ist, aber man sieht den in der Nacht gar nicht. Jetzt kann man die Nummer natürlich auch umdrehen und sagen, was ist denn im Dezember? Genau. Oder im Januar. Genau. Und also erstmal muss ich noch ein paar wirklich Rekorde hier raushauen, die nämlich mit dem Mond jetzt vom 22. Juni zusammenhängen. Es gab mal, leider gibt es den nicht mehr, eine wunderbare Seite von einem Schweizer Barmettler, hieß der, gute Mann. Und die Seite hieß Kalt Sky und der hat über eine Mondbahn immer so auch dazu geschrieben, was so die Rekorde sind. Also so der südlichste Mond des Jahres, der erdnächste Mond des Jahres oder wann ist der südlichste Mond des Jahrhunderts. Und da kommt also zum Beispiel raus, dass dieser Mond, den wir jetzt haben, dieser Vollmond, der zweitsüdlichste Vollmond der letzten 100 Jahre ist. Der südlichste der letzten 10 und er steht in den nächsten 100 Jahren auch unter den Top 3. Also es hat also zwischen den Jahren 1932 und dann erst wieder 2043 keinen südlicheren Vollmond gegeben als diesen. Das heißt, dieser Vollmond ist besonders, auch wenn man natürlich sagen muss, wahrscheinlich geht es da auch so ein bisschen um, das sind dann irgendwie Stellen hinterm Komma. Alle 18, 19 Jahre erreicht der Mond solche Positionen. Das heißt, zuletzt gab es solche extremen Positionen 2006 und dazwischen liegen dann so die Zeiten, wo die 5 Grad dann genau andersrum funktionieren. Wo der Mond, wenn er nördlich steht, 5 Grad seine Maximalposition verfehlt und dann kommt im Süden kommen die 5 Grad wieder drauf. Also genau umgekehrt, dann wird der Unterschied ein bisschen eingeebnet. Das ist so auch natürlich alle 18,6 Jahre, aber liegt dazwischen. Das heißt, das war zum letzten im Jahr 2015 der Fall. Aber jetzt 2006, 2024, 2025 und dann eben 2043. Dann haben wir wieder so extreme Mondpositionen. Also das ist echt was Seltenes. Also sollte man sich diesen Vollmond jetzt im Juni besonders im Kalender ankreuzen? Darauf achten, ob ihr ihn wirklich seht. Ja. Und das ist schon was Besonderes. Ob man dann den Vollmond, der Sommervollmond steht immer richtig tief, aber ob man ihn in diesem Falle, wo er so extrem tief ist, überhaupt sieht. Also von wegen im Sommer schöne, lauschige Vollmondnacht. Die ist ja sowieso ziemlich kurz, weil die Nächte kurz sind. Und dann ist der Vollmond auch noch überhaupt nicht hoch und in diesem Jahr halt wirklich nur irgendwie gut 10 Grad. Nicht mal gut 9 Grad. Gut 9 Grad. Das heißt, wenn wir auf der Erdkugel 9 Grad weiter nach Norden gehen würden, so nach Skandinavien, da würde der Mond gar nicht aufgehen. Das ist ja so ein bisschen so wie mit den Polartagen und Polarnächten. Du hast 23 Grad vom Pol entfernt, gibt es so einen breiten Grad, der liegt so bei etwa bei so 67 Grad Nord und natürlich auf der Südtabkugel auch umgekehrt Süd. Da gibt es dann eben zur Sommersonnenwende die Situation, dass die Sonne nicht untergeht. Und zur Wintersonnenwende, dass die Sonne auch mal einen Tag nicht aufgeht. Genau an dieser Grenze. Ja. Ungefähr. Man muss noch die Lichtbrechung berücksichtigen, dann weicht das ein bisschen ab. Aber so im groben Ganzen, das hat genau mit diesen nördlichen und südlichen Positionen zu tun. Und jetzt weicht der Mond ja noch davon ab. Das heißt, dass man den Mond gar nicht mehr sieht. Das passiert schon jetzt südlich, fünf Grad südlich des Polarkreises, würde man den Mond gar nicht mehr aufgehen sehen. Und entsprechend im Winter, wenn der Mond jetzt so extrem nördlich steht, das ist am 15. Dezember der Fall, dann kratzt er sogar übrigens abweichend von diesem Tierkreis, sogar kommt er schon mal kurz ins Sternbild Fuhrmann, was gar kein klassisches Tierkreis-Sternbild ist. Und dann steht der so nördlich, dass der auch fünf Grad südlich des Polarkreises gar nicht untergeht. Das heißt, dass die Zone, wo der Mond nicht nur hoch am Himmel steht, sondern auch gar nicht untergeht, der dehnt sich entsprechend auch aus. Das heißt, das Coole an dem, was wir Ihnen und euch hier versuchen mit Kreisen und Schnittpunkten und Knoten und einer Wanderung der Knoten, da könnten wir dann jetzt noch sagen, die heißt übrigens Präzession und da ist die Sonne dran schuld, weil die Sonne das System Erde-Mond halt auch noch beeinflusst. Das, was wir euch hier mit, wir sehen uns hier gegenseitig und Hände und Füße kommen durchaus zum Einsatz, das könnt ihr aber jetzt nicht sehen. Nee, nee. Das, was wir euch hier versuchen näher zu bringen, das Coole ist, ihr könnt das sehen. Ihr könnt das am Himmel echt beobachten und zwar ziemlich leicht. Denn Vollmond ist echt gut zu sehen. Sowohl im Juni als auch dann im anderen Extrem im Winter. Also diese Geschichte, dass man den Mond in so Extrempositionen geht, ist wahrscheinlich auch schon, das betrifft ja nicht nur den Vollmond, auch andere Mondphasen können extrem nördlich oder südlich am Himmel stehen. Das betrifft ja nicht nur den Vollmond, muss man auch nochmal dazu sagen. Denn so die aller, aller, aller nördlichste Mondposition, die wir haben, und das ist eine der nördlichsten überhaupt, die theoretisch möglich sind, die ist nämlich dann nächstes Jahr am 7. März, 7. März 2025. Und das ist ein zunehmender Halbmond. Der steht aber auch, der steht dann wirklich maximal am Himmel. Und dann ist auch diese Abweichung am besten. Und danach geht das wieder bis, in den nächsten Jahren geht das dann wieder bergab. Das heißt, diese Phase, die man mit diesem Wort große Mondwende beschreibt. Das ist die Krone, ja. Jetzt haben wir den Begriff endlich. Große Mondwende, ja. Die ist jetzt nicht nur irgendwie, klar, ich kann mir die absolute Maximalposition ausrechnen, aber die Phase ist ein Jahr ungefähr, oder anderthalb, wo es zu diesen extremen Positionen kommt. Und fürs Auge und für die praktische Beobachtung ist dieser theoretische Maximalpunkt nicht so ganz entscheidend. Nee, wie gesagt, das verläuft auch so ein bisschen flacher, diese Änderung an ihren Umkehrpunkten. Aber dass es so dann ein Jahr lang etwa besonders auffällige Mondpositionen gibt, das ist wahrscheinlich auch den Menschen in früher Zeit schon aufgefallen. Denn die haben sich ja zunächst einmal am Horizont orientiert, wo die Sonne im Laufe des Jahres auf und unter geht. Und ich stelle euch mal vor, ja, sowas wie Stonehenge, dann hast du tatsächlich einen Visierpunkt, wo die Sonne dann am Tag der Sommersonnenwende am längsten Tag aufgeht. Irgendwie so ziemlich weit links im Osten und ziemlich weit rechts im Westen. Und es gibt so dieses Sichtfenster, die Sichtlinie, wo sie dann ziemlich weit rechts im Osten aufgeht, einen kleinen Tagebogen hat und ziemlich weit links im Westen wieder verschwindet. Und wenn man jetzt beobachtet hat, dass in bestimmten Jahren der Mond noch ein ganzes Stück dazu verschoben aufgehen kann, Das heißt, ihr kennt vielleicht dann bei eurem Standort, wo ihr wohnt, den Punkt, wo die Sonne am Mittsommermorgen aufgeht. Wenn ihr einen Blick zum Horizont habt oder ihr geht irgendwie im Ruhrgebet, wäre das hier die tolle Halde, wo man da hingehen kann. Da kann man vielleicht am Horizont einen Punkt sehen, hinter dem Förderturm, da geht sie dann auf die Sonne am längsten Tag des Jahres. Und da geht der Mond dann eben, wenn er seine besonderen Positionen hat, im Winter kann der dann tatsächlich als Vollmond noch ein Stück links davon aufgehen. Weiter, als die Sonne jemals auf und unter gehen kann. Also das muss man sich nochmal klar machen. Ich habe da tatsächlich mal bei Studis von mir in der Vorlesung festgestellt, als ich da so ganz selbstverständlich gesagt habe, naja, ist ja klar, im Sommer geht die Sonne viel nördlicher auf und nicht wirklich im Osten, sondern im Nordosten. Und im Winter geht sie nicht wirklich im Osten auf, sondern im Südosten. Ist ja klar, da gucken ein paar ganz überrascht. Ich glaube, viele Leute sind heute so weit weg vom Himmel, weil der Rhythmus von Mondaufgang, Monduntergang, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, unseren Tagesrhythmus gar nicht mehr so prächt, wie das früher war. Dass vielleicht auch von Ihnen und Euch noch gar nicht alle sich so richtig klar gemacht haben. Das kann man aber wirklich ganz leicht sehen. Die Sonne geht nicht immer an derselben Stelle auf. Und das haben diese bronzezeitlichen oder jungsteinzeitlichen Völker bestimmt ganz, ganz, ganz genau gewusst. Viel besser als wir. Und wenn der Mond dann außerhalb des Bereichs aufgeht oder untergeht, wo die Sonne das tut, dann haben die das gemerkt. Ja, es gibt auch so entsprechende Webseiten, wo jetzt auch im Zuge dieser Extrempositionen an Orten wie Stonehenge und anderen dann nochmal genau nachgeguckt wird, ob die vielleicht für diese Extrempositionen auch bestimmte Visierlinien hatten, wo sie das markiert haben. Das kann ja gut sein. Also, dass Stonehenge auf die Sonnenwände, im Prinzip wahrscheinlich auf die Wintersonnenwände, mehr als auf die Sommersonnenwände, ist aber symmetrisch und kann beides sein, ausgerichtet ist, das ist unbestritten. Aber ob wirklich diese Mondwände eine Rolle gespielt haben, da gibt es so verdächtige Löcher in der Nähe dieser Eingänge, das ist, sagen wir mal, richtig umstritten. Und ich habe auch gesehen, die wollen da jetzt diese Mondwände benutzen, um da was zu überprüfen, ob das sein kann mit der archäologischen Evidenz. Naja, wenn da genug Löcher und Steine sind, wird irgendein Loch und irgendein Stein schon passen. Das ist das Problem bei Stonehenge und auch bei manchen anderen, da gibt es so viele Löcher und Steine, da kann man echt auf alles teilen. Und bei Stonehenge ist ja auch vieles rekonstruiert und weiß gar nicht mehr, was ist original, was ist wirklich alt. Aber ich glaube, das ist auffällig, weil du würdest wirklich sehen, in so einer Sommernacht, boah, ist der Mond tief. Der ist ja immer tief im Mond, der ist immer tief als Sommervollmond, aber jetzt ist er nochmal extra tief. Und der steht immer hoch als Vollmond im Winter und jetzt steht er nochmal extra hoch im Winter. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen darauf achtet, dass das wirklich auffällig ist. Und wenn gerade Völker, die sich viel intensiver mit dem Lauf der hellen Gestirne beschäftigt haben, weil ja auch so der Jahreslauf und vielleicht sogar Aussaat, Ernte und ein bisschen auch das Überleben davon abhingen. Wenn die Sonne, oh, die Tage werden immer kürzer, zum Glück werden sie mal wieder länger und wann ist das denn? Ich glaube, die haben das viel eher auf dem Schirm gehabt. Deswegen vermuten auch viele Archäologen, ich meine, die haben natürlich nichts aufgeschrieben, deswegen kann man nicht so richtig in die Köpfe gucken, aber dass die Wintersonnenwende für die wichtiger war als die Sommersonnenwende. Weil in der Wintersonnenwende musste man sich heftig dafür einsetzen, dass das Licht wiederkommt und es nicht auf Ewigkeit dunkel wird oder noch immer dunkler bleibt. Aber auch deswegen ist vielleicht dieser Wintermond oder Wintervollmond für die Leute besonders wichtig gewesen. Denn das war das ganz hoch am Himmel stehende Licht in der Nacht. Dass ja, wenn die Sonne tief steht, genau umgekehrt, wie wir es gerade hatten, steht der Mond total hoch, weil er da steht, wo die Sonne im Sommer ist. Und wenn da dann noch die 5 Grad draufkommen alle 18,6 Jahre, das werden die Leute gesehen haben. Und ihr könnt es auch sehen. Ja, ich hoffe, dass wir in dieser Mittsommernacht dann vom 21. auf den 22. Juni, dass wir da klares Wetter haben und dann werden wir den Mond sehr, sehr tief am Himmel sehen. Ich gucke nochmal gerade, wann er für Bochum aufgeht. Der geht dann für Bochum so um halb elf Uhr abends auf, geht um halb zwei nachts, erreicht er seinen in Anführungszeichen Höchststand mit neun ein Drittel Grad Höhe genau im Süden. Und mehr wird es dann auch nicht. Und dann geht er schon um vier Uhr neunundzwanzig, also um halb fünf geht er morgens wieder unter. Also wirklich ein kurzes Vergnügen in einer kurzen Nacht, eine helle Nacht. Das heißt, wir haben eine ungewöhnliche Beobachtungshausaufgabe für Sie und Euch, den Vollmond suchen. Normalerweise sieht man den, aber in dieser Nacht lohnt es sich wirklich genau hinzugucken, wo der wirklich ist und ob Sie und er, ob ihr den überhaupt seht. In diesem Sinne wünschen wir Euch eine schöne, laue Sommernacht und vielleicht hört Ihr nochmal unseren Podcast dazu. Wenn es Euch gefällt, reckt die Däumchen und beim nächsten Mal wird es wieder richtig kosmisch. Da geht es wieder von den nahen Themen wieder ganz weit hinaus ins All und wir freuen uns wieder auf Euch. Macht's gut, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Gras. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weissner. untily Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.